Hallo zusammen, hier ist zusammenzocken und ich zocke heute wieder mal eine neue Runde Dragon Age Inquisition. Ja, wollen wir mal sehen, wie das weitergeht in der Geschichte. Ich bin ja noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Dragon Age Inquisition weiterzocke, beziehungsweise Watter Let's Play oder nicht, oder Diablo 3, was ich auch mittlerweile angefangen habe. Und da war ja auch noch No Man's Sky. Außerdem habe ich da auch noch einiges auf der PS3 noch, was ich angefangen habe. Ich glaube, das ist von Doom 2 und noch und nöcher. Ja, und das ist alles ehrlich gesagt ein bisschen viel. Um das dann auch noch zu Let's Playen und ja, hochstellen, hochladen und so weiter. Braucht einiges mehr an Zeit und Energie, die man dazu aufwenden muss. Naja, ich muss euch das ja nicht erklären. Deswegen geht's weiter mit Dragon Age Inquisition. Ja, ich bin schon neugierig zu erfahren, wie das so weitergeht, beziehungsweise wie das Spiel sich mir offenbart. So, wie in der Spielmechanik. Da ganz hintergestiegen bin ich ja noch nicht. Wir hatten in der letzten Folge einen ersten Boss erlegt. Ich glaube, Dämon, irgendeinen Dämon. Und hatten also das Tutorial jetzt gemeistert. Genau, das ging auch schon ziemlich lange. Ich glaube, ich hatte ja zwei Teile, zwei Folgen dazu gebraucht. Also in etwa fast an die zwei Stunden damit verbracht. Genau, wir waren in dieser Kirche irgendwas und stehen jetzt hier draußen. Da waren wir, ich weiß gar nicht wo genau, in einem Dorf gelandet. Gab es hier nicht? Ach ja, Questkarte. Eine Weltkarte, ne? Die Bedrohung bleibt bestehen. Die Bresche ist eingedämmt, doch die Probleme fangen gerade erst an. Erstatte in der Kirche von Haven Bericht. Was haben wir hier? Die Besten und Glücksten hinhaben. Aha, sprich mit T-T-Ren der Quartiermeisterin. Sind das alles Missionen, die ich jetzt offen habe? Ach, guck mal. Hä? Kenne deinen Feind. Aha. Kenne deinen Feind. Einige Gegenstände, die in Schlachten erlangt werden können, erst wert sein, sie später genauer zu untersuchen. Gib Minarwe einen Gegenstand, den sie untersuchen kann. Aha, ich glaube, in dem Raum war ich zufällig mal drin. Ich hatte nur so kurz mal reingeguckt. Da wollte, das wollte ich mir jetzt auch mal genauer anschauen. Dann gibt es hier Rasthaus, aber da kommt keine Information. Also diese Zeichen waren auch vorhin noch so etwas, äh, also weiß. Und nachdem ich da drüber ging, sind die dann auf schwarz gestellt worden. Und wieso ist das jetzt durchgestrichen? Ach so, ich kann das, äh, durchstreichen, um das zu deaktivieren oder was. Hier ist auch noch so ein Symbol. Die besten und die glücksten, die man selbst in diesen schwierigen Zeiten, das ist nicht allzu schwer, gute Helfer zu finden. Erkunde, er trifft dich mit eigenen Handwerksmeistern der Inquisition, sprich mit dem Apotheker. Aha. Also, aktivieren. Ach so. Aha. 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 Und den Rest gucke ich mir später mal an. Gut, dann aktiviere ich das hier mal, damit das wahrscheinlich in meiner Minimap auftaucht. Genau. Genau. Dem, ach so, habe ich denn überhaupt einen Gegenstand, den es sich lohnt, ähm, von ihr untersucht zu werden? Dieses Inventar finde ich ziemlich unübersichtlich, dass man hier so runter scrollen muss. Und dann hatte ich genau dieses Schild, was anscheinend sechs, äh, Rüstung hat. Und angelegt habe ich dieses, was fünf anzeigt, aber unten in der, in den Werten, unter Verteidigung, wenn ich auf den hier gehe, das mehr Rüstung hat, geht die Anzeige der Verteidigung runter. Warum, verstehe ich nicht. Ach so, und die, ach so, Rüstungswert ist unter Grundwerte. Da passiert nichts, aber unter Verteidigung wird es geringer. Warum, weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil es mehr wiegt oder so. Drei, Verteidigung nach vorne, Willenskraft, Kraft, drei, Verteidigung nach vorne, plus, 30, Verteidigung nach vorne, Naherkampf, mhm, 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 tja. Und dann habe ich Stilett und Langbogen, die Sachen, die rot sind. Ich weiß nicht, was genau das zu bedeuten hat. Ach so, das kann nur der Schurke tragen. Aha, ach so. Das andere hier, Ferrell, Ferrell, Ferrellisches Langeschwert. Das ist, was ich ausgewählt habe. Also das hier, nee, Langbogen nicht. Ferrell, das Ferrellisches Langeschwert. Dann ist ja eigentlich das hier besser. Trennung, plus 4% Trennung bei Treffer. 45 Schaden. Okay, dann nehmen wir das dem Morgenstern. Und hm, hm, hm. Das, glaube ich, lassen wir erst mal. Bin ich mir nicht sicher. Ja. So, Rüstung. Elf, Zwerg oder Mensch. Was habe ich denn ausgerüstet? Speer. Ach so, Stufe 6. Voraussetzung. Das finde ich so unübersichtlich. Okay, das ist, was ich anhabe. Und dann ist das hier schlechter. Okay, ich glaube, ich kann jetzt mal zu der Mira Ebe. Ladezeit. Ich glaube, die Ladenzeiten waren auch ziemlich lang. Ah, Cutscreen. Beunruhigt es euch. Hm. Ja, äh. Äh. Ich wünschte, ich wüsste, was das ist oder woher ich es habe. Das finden wir heraus. Wichtig ist, dass euer Mahl jetzt stabil ist. Ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft. Und Solis denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein. Vorausgesetzt, das Mahl hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde. Das ist nicht leicht zu erlangen. Ja, das klingt nach Spaß. Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Kommandant Cullen kennt ihr ja bereits. Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Wir sind uns auf dem Schlachtfeld kurz begegnet. Es freut mich, dass ihr überlebt habt. Das ist Lady Josephine Montillier. Unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Ich habe schon viel von euch gehört. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Maal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Maal... ...uns vielleicht alle vernichtet. Templer könnten die Bresche schwächen damit. Alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Die Kirche denkt noch immer, dass ich es war. Das ist längst nicht mehr alles. Einige nennen euch Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt. Und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos, Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer, um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Das mit der Kerze auf dem Schreibbrett finde ich eine sehr lustige Sache. Besonders wenn sie mit dem Schreibbrett so rumwirbelt. Äh, ja. Templer, um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Können wir angegriffen werden? Also ich bin... Also bin ich das Problem. Die Bresche beunruhigt sie nicht. Der Herold Andrastes. Wieso bin ausgerechnet ich der Herold Andrastes? Die Leute haben gesehen, was ihr beim Tempel getan habt. Wie ihr verhindert habt, dass die Bresche noch weiter wächst. Sie haben außerdem von der Frau gehört, die im Riss gesehen wurde, als wir euch fanden. Sie glauben, es sei Andraste gewesen. Selbst wenn wir versucht hätten, diese Vorstellung von euch zu unterbinden. Was wir nicht getan haben. Der Punkt ist, ihr seid in aller Munde. Kein schlechter Titel, was? Was haltet ihr davon? Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Wie es aussieht, hat das längst die Kirche für euch entschieden. Die Leute warten verzweifelt auf ein Funken Hoffnung. Und für viele seid ihr dieser Funke. Und für andere verkörpert ihr alles, was schief gegangen ist. Also können wir angegriffen werden. Also bin ich das Problem. Die Bresche beunruhigt sie nicht. Sollte sich die Kirche nicht eher Sorgen wegen der Bresche machen? Der eigentlichen Bedrohung? Sie ist sich der Gefahr bewusst. Sie denkt nur nicht, dass wir sie abwenden können. Die Kirche predigt überall. Durch euch wurde alles nur noch schlimmer. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Dann reden wir doch mit ihr. Warum soll sie uns helfen? Das klingt nach Ärger. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden, unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern. Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. Einsätze. Ja, der Herold, das bin ja anscheinend ich. Auch sehr merkwürdig finde ich, wie die Hauptquests, was ja wahrscheinlich das jetzt so ist, weitergeführt wird, indem ich zufällig in diese Kirche reinging, ging plötzlich die Cutscreen los und die Hauptstory weiter. Ich hätte ja auch irgendwo anders hinlaufen können. Was wäre dann passiert? Also einsätze. Der Kartentisch ermöglicht es hier, die Macht der Inquisition in Orlais und Ferelden einzusetzen. Muttergesell ist in den Hinterländen, die auf der Fereldischen Seite des Tisches zu finden ist. Und was ist der Sinn dabei? Habt ihr etwas Neues gehört, Liliana? Irgendetwas, wovon wir noch nichts wissen? Nein, nichts. Orlais und Ferelden. Orlais, das mächtigste Menschenreich in Tedas, ist sowohl für seine extravaganten Adelsstruktur als auch als Geburtsstätte der Kirche bekannt. Und erobert von Orlais, zerrissen von einem Bürgerkrieg, verwüstet von dem fünften Verderbnis. Ferelden ist schwere Zeiten wahrlich gewohnt. Nun, da er Schleier geschwächt ist, ist das Land unruhiger denn je. Jo. Kartentisch durch Aufklärungseinsätze kann die Inquisition neue Gebiete freischalten, die du dann erkunden kannst. Führe jetzt auf den Fereldischen Seite des Kartentisches den Aufklärungseinsatz für die Hinterlande durch... Begriffen, wofür das Ganze gut ist, habe ich jetzt nicht wirklich. Hinterlande... Hinterlande erkunden, verfügbar, Kosten eins, Kosten eins. Von welcher Währung sprechen wir jetzt hier? Inquisitionsbonus oder Boni oder Macht? Aber was anderes habe ich wahrscheinlich hier gar nicht zur Auswahl. Warte mal, wenn ich hier reingehe, da wird mir gar nichts erklärt. Okay. Also das nehme ich an, ist die Bresche und das ist das Einzige, was ich auswählen kann. Na gut. Die Hinterlande erkunden. Mutter Giselle wurde zuletzt in den Hinterlanden von Redcliffe gesehen, wo sie sich um Flüchtlinge vor den Kämpfen zwischen abtrünnigen Templern und Magiern gekümmert hat. Aktuellen Berichten zufolge hat sich der Konflikt der beiden Gruppen bis in die Hinterlande ausgebreitet, sodass die Flüchtlinge und Mutter Giselle nun mittendrin stecken. Wir müssen sie beschützen und falls möglich in den Gebieten die Ordnung wiederherstellen. Macht Kosten eins. Geheimnisse. Wenn Giselle stirbt, besteht keine Hoffnung mehr auf was? Auf Unterstützung durch die Kirche, meine Sphären Sphäre werden an den Kämpfen vorbeischleichen. Sie finden und mit ihrem Leben beschützen. Okay. Dann machen wir das doch. Was anderes war eh nicht möglich, glaube ich. Oho. Was ist denn wichtig? Wie AG. Was ist denn wohl? Was ist denn gescheidern? Wie deja gescheidern? Oho. Was ist denn Inquisition, Aufklärungsberichte, Hinterlande erkunden. Wir haben die Kämpfe so gut wie möglich umgegangen. Es ist genauso schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Abtrünnigen sind wahnsinnig und greifen alles an, was sich begegnet. Und die Templer hier haben anscheinend niemanden mehr, denen sie befehlt liegt. Wir haben Mutter Giselle gefunden und beschützen sie so gut wie möglich. Aber sie weigert sich, die Flüchtlinge zu verlassen, bis wir für deren Sicherheit gesorgt haben. Gott, oh Gott. Dazu sind aber Truppen erforderlich, die die Abtrünnige und die Templer aus den Gebieten vertreiben. Kommandant Kulen hat mich gebeten, Kontakt mit Meister Deneth aufzunehmen. Einem Stallmeister im Ruhestand aus Redcliffe, der in der Gegend lebt. Vielleicht kann er der Inquisition bessere Pferde verschaffen. Leider können wir wegen der Kämpfe nicht zu ihrem durch. Neues Gebiet freigeschaltet. Bericht annehmen. Reisen. Gruppe sammeln und folgenden Ort reisen. Und zu folgenden Ort die Hinterländer. Jetzt nicht, jetzt nicht. Ich hatte ja noch was anderes vor eigentlich. Einsätze. Du hast jetzt Zugang zu Missionen. Missionsbezogene Einsätze erfordern Zeit und bringen der Inquisition Ressourcen und Belohnungen ein. Pro Berater kann immer nur ein missionsbezogener Einsatz aktiv sein. Eine Mission sind als bevorzugt gekennzeichnet. Was bedeutet, dass sie weniger Zeit erfordern, wenn sie von dem entsprechenden Berater durchgeführt werden. Missionen können außerdem je nach Berater unterschiedliche Belohnungen mit sich bringen. Aha. Sind das dann die Missionen? Na, verfügbar. Okay. 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 Aber braucht man dafür nicht, ähm, also hier macht, da hatte ich vorhin eine Eins stehen. Jetzt steht da eine Null. Das ist verfügbar. Das ist auch verfügbar. Und das ist verfügbar. Und das ist verfügbar. Das ist auch verfügbar. Gut. Hat sich hier jetzt was getan? Nee. Okay. Inquisitionsboni. Na gut. Ich gehe da mal raus. Aha. Ja, komisch. Ein bisschen komisch finde ich das. Kodex Eintrag. Oh, noch mehr. Kodex Eintrag und... Was ist denn da los? Reisen. Wenn du außerhalb eines Dungeons bist, kannst du die Questkarte nutzen, um zu weit entfernten Horten zu reisen. Drücke Options und wähle im Heldenmenü die Questkarte. Drücke auf die Questkarte, ähm, Dreieck, um die Weltkarte aufzurufen und in freigeschaltete Gebiete zu reisen. Also, die Weltkarte, ach so. Sprich mit dem Schmied. Ja. Aber ich wollte ja zu Josephine die Weltkarte, die Hinterlande... Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ach ja. Da wollte ich, glaube ich, hin. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis de Reliant vorstellen, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus de Reliant stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Deneram, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Fereldischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Er braucht eine Bleibe. Die göttliche, göttliche, wüsste Bescheid. Wir haben größere Probleme. Vom Himmel fallen Dämonen und ihr sorgt euch um Landansprüche? Haven ist der rechtmäßige Besitz der Durellions. Hat Kaiserin Selen euren Besitzanspruch auf Haven offiziell bestätigt? Ich wusste gar nicht, dass ihre kaiserliche Majestät diese Angelegenheit dem Fereldischen Thron vorgetragen hat. Die Kaiserin hatte noch keine Gelegenheit dazu. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montaillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Achso, ich bin wieder gefragt, gehört der... Haben die Durellions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Durellions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selen in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Tja, äh... Gute Arbeit... Dann... Dann hat sich seiner Gnaden also nur aufgeplustert. Selbst wenn er uns verlässt, wird der Marquis seine Meinung über uns kundtun, sobald er nach Valroaio zurückkehrt. Jeder Gast, den wir empfangen, und wir werden alle empfangen, wird die Geschichte der Inquisition verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Okay, ich habe genug gequasselt. Ich will ein bisschen spielen. Ah, die Politik ist lächerlich. Schön, dass ihr hier seid. Eure Hilfe kann nicht schaden. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, zumal ich das Gefühl habe, dass die Inquisition sie brauchen wird. Ich denke, da habt ihr recht. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas... aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Hm, hm. Gerne. Josephine. Forschung abgeben. Lesen. Minaef. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, gib Minaef eine Gegenstadt. Zu ihr. Ich habe hier etwas für euch. Ihr seid also eine Magierin. Ihr erforscht Kreaturen. Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Aha. Hallo, kann ich euch behilflich sein? Ihr sagtet, ihr werdet eine Magierin? Nein, nur eine Schülerin. Ich war nie sonderlich gut in Sachen Magie. Ich hatte gerade genug Talent, um eine Gefahr für andere Leute zu sein. Als die Magier rebellierten, konnten Leute wie ich nirgends hinden, weil uns die Templer getötet hätten. Glücklicherweise hat Sucherin Pentagast mich aufgenommen. Mich und die Besänftigten, die ich beschützte. Ihr habt gesagt, Cassandra lässt euch Kreaturen erforschen. Ja, falls ihr auf euren Reisen also etwas Interessantes findet, würde ich mich freuen, wenn ihr es mir überlasst. Vielleicht entdecke ich so die ein oder andere Schwäche, die unsere Soldaten im Kampf mit verschiedenen Kreaturen nutzen können. Außerdem sind einige Materialien ausgesprochen nützlich, wenn es darum geht, die Inquisition mit Tränken und Ausrüstung zu versorgen. Okay. Und wie gebe ich ihr das? Forschung abgeben. Stand da links, was ich abgegeben habe? Keine Kreaturforschung. Ja, kann ich jetzt schon mit ihr sprechen wahrscheinlich? Ihr habt einige faszinierende Dinge mitgebracht. Doch. Naja. Wir unterhalten uns später. Danke nochmal für alles, was ihr mir mitgebracht habt. Gerne. Lesen. Oh nein. Die Kinder von Andrast. Das ist hier viele falsche Annahmen. Das Andrast ist Plutinia. Gut. Das möchten wir jetzt aber nicht alles noch weiterlesen. Oh Gott. Was war denn noch hier in der Questkarte? Da war was. Sprich mit dem Apotheker. Sprich mit dem Schmied. Sprich mit Theren, der Quartiermeisterin. Da ist eine Truhe, aber da kann ich nicht dran. Das ist nicht Diablo 3 oder so. Kriegsrat einberufen. Mhm. 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 Stopp, 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 stopp. Ich muss glaube ich in diese Richtung. Das erste Zeichen ist hier. Da. Nein. Hier. Nein, my lady. Ich weiß nicht, wo die anderen Adeligen sind. Wieso fragt ihr nicht Botschafterin Monty? Oh. Ihr seid das. Thren. Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Okay. Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch? Legt das einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Okay. Da könnte man noch Fragen stellen. Okay. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Ich hatte ja ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass Dragon Age Inquisition mehr ein Spiel der heutigen Zeit ist. Also was ich meine ist, es erscheint mir schon ein bisschen, ja schlecht gealtert zu sein oder so. Obwohl so alt ist es nicht, aber er erscheint mir doch ein bisschen älter. Von seiner Steifigkeit. Boutique. Kunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Okay. Rezepte. Tränke. Tränke aufwerten. Tränke. Zehren, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Ich kann mich nicht erinnern, euch schon einmal getroffen zu haben. Das hätte mich auch überrascht. Ihr wart schließlich nicht ganz bei euch. Jemand musste euch zusammenflicken, als ihr von wer weiß wo angestolpert kamt. Insofern gern geschehen. Das wusste ich nicht. Danke. Schon gut. Ihr könnt euch revanchieren, indem ihr die Welt rettet. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentegast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklaver, aber seine Notizen sind unerfindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verbundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Was muss ich tun, um einen Trank bei euch zu bestellen? Dreht euch einfach um und sagt mir, was ihr braucht. Und falls ihr ein Rezept für etwas Besseres findet, kann ich auch das zusammenmischen. Findet Tajans Notizen. Suche einen Trank. Was? Dann... Hier kann man Tränke aufwerten. Tränke... Tränke... Heiltrank stellt augenblicklich 385 Gesundheit her. Aha. Ach so, und das ist, was ich dazu brauche. Okay. Aha, aha. Okay, okay. Da ist auch noch was. Überwachung der Patientin. Puls und Atmen normal. Da ist aber was zum Plündern. Gürtel der Heilung. Mal sehen. Aha, plus 5 Heilprozess. Okay. Dankeschön. Jetzt noch zum Schmied. Moment. Ich glaube, der will uns was sagen. Ich bin die Auserwählte Andrastes. Eine gesegnete Heldin gesandt, um uns alle zu retten. Reite ich auch auf einem strahlend weißen Ross? Ich hätte einen Griffen vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch. Scherz beiseite. Das richtige Auftreten ist wichtig. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen. Ich sah Geisterheere aufeinander prallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Heldin ihr sein werdet. Eine gute, eine kluge, glückliche Heldin. Äh, unbezwingbare Art. Hoffentlich die Art, die überlebt, um zu der peinlichen ehemaligen Heldin zu werden, die allen auf die Nerven geht. Ich könnte mir schlimmere Schicksale vorstellen. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche, inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Cassandra vertraut euch. Sie wird nicht zulassen, dass euch jemand gegen euren Willen in einen Zirkel bringt. Hab Dank. Das ist ein beruhigender Gedanke. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen. Was haben wir denn hier? Kann man da einfach? Ja, kann man einfach. Aber was findet man? Nix. Also ich hatte ja vor, zum Schmied zu laufen. Lesen. Die singende Jungfrau. Bla, 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 bla. Ui. Ah, Alter. Wow. Den kennen wir auch schon. Ne, ich will jetzt erstmal zum Schmied. Zack. Wo ist denn der Schmied? Warte mal. Du weißt doch, dass ich einmal einer Zirkel hierher von... Re... Kie... Was? Requirierungen. Inquisitionswaffen. Um schlagkräftig zu sein, brauchen unsere Soldaten weitere Waffen. Belohnung, plus eins macht. Äh. Erforderlich einen Holzschlag. Fünf Eisen. Auswählen. leer leer Holzschlag und Eisen gut ach da unten ist der Schmied wo ist der denn hä außerhalb der Mauer hier wer ist denn das ein Händler aber wie komme ich dem zum Schmied verdammt der Schmied ist dahinter hä wieso ist der Schmied außerhalb der Mauer da muss ich ja wohl rausgehen auch eine Truhe oh ein robustes Hamisch warte mal wieso Rüstung äh Waffe äh Langbogen kann ich nicht einsetzen aber ich habe doch eine Rüstung gefunden äh ach Leute 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 aha 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 geht nicht ich verstehe ich verstehe nicht wozu wir Belagerungsmaschinen brauchen wir wollen doch gar nichts belagern scharf beobachtet Rekrut aber falls jemand auf die Idee kommt uns zu belagern müssen wir uns ja wohl irgendwie verteidigen ja ja Aquamarine Verteidiger Rüstung Plan Ring ach so das war vielleicht vorhin auch ein Plan das heißt dass ich den Bau den Bauplan habe um das dann zu zu bauen ups und haben wir hier noch was zum einsammeln nein nein gut dann muss ich wohl nach draußen da wird trainiert ach so hier ist die Schmiede suche den örtlichen Schmied blauer Punkt Klöner mein Onkel zu Hause in Ennsberg war fünfter Prätor und was heißt das für dich zu Hause nein äh aha jäger hör an jäger Ring des kritischen Angriffes, Handwerks, um neue Rüstung oder Waffen herzustellen, benötigt es einen Handwerksplan. Ja, keine Pläne verfügbar. Ich hatte doch, ach so, das ist für Waffen, Rüstung, genau, das ist, was ich gefunden hatte. Und dazu brauche ich, jeder Handwerksplan erhält ein oder mehrere Felder. Ja, Handwerker, es gibt fünf verschiedene Arten von Handwerksfeldern. Okay, Beispiel, verwendest du Eisen in deinem Verteidigungsfeld? Erhältst du einen Bonus auf Verteidigungen? Okay. Da brauche ich zehn Metall und vier Stoff. Okay. Waffe modifizieren. Flindern. Ritterschwert. Kaufen, verkaufen. Wo ist eigentlich dieser Schmied? Ich will mit dem Schmied sprechen, verdammt. Ah, hier. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt? Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Boah. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht, dass ihr etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Mhm. Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen. Mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch und dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Okay. Okay. Wiedersehen. Okay. Alles klar. Ähm. Mal gucken. Ich habe da ein Ritterschwert gefunden. Sechs Metall. Aber warum sehe ich nicht, wie viel Metall ich habe? Brauche ich vier und da brauche ich sechs. Handwerk. Hier ist Handwerks mit Materialbesitz für jeden möglichen. Aha. Ach so, es gibt verschiedene Metalle. Aha. Aha. Ich habe sechs oder was. Von 20 Plätzen. Kann das sein? Nee, das ist leer. Mhm. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Mhm. Quest abgeschlossen. Ich glaube, ich könnte sogar was verkaufen, weil ich doch irgendwelche Rüstungen doppelt habe, die ich aber auch nicht tragen kann. Der Taktikers Erneuerung. Was ist das denn? Also kaufen möchte ich nicht. Ich wollte verkaufen. Genau. Nichts zu verkaufen. Das glaube ich nicht. Ach hier. Zöllner habe ich sowas. Brauche ich. Bekomme ich vier Gold bloß. Und untersuchen. Ah, ich kann also auch vergleichen mit dem, was ich habe. Gut. Dann, das kann weg. Das bin ich mir nicht sicher. Das kann ich noch nicht tragen. Tja. Ups. Ach so, ich glaube, ich kann auch, äh, meine Sachen. Ich kann die Sachen, die ich habe, auch anderen geben. Meiner Party. Oh. Zeit ist abgelaufen. Hand haltet, ist ein Schild. Nutzt ihn, um zu blocken. Wäre dieser Mann euer Feind, wärt ihr jetzt tot. Haltet euch nicht zurück, Leutnant. Diese Rekruten müssen für einen echten Kampf bereit sein. Nicht nur für eine Trainingsrunde. Ja, Kommandant. Wir haben eine Reihe neuer Rekruten erhalten. Ansässige aus Haven, sowie einige Pilger. Allerdings hatte keiner von ihnen auch nur annähernd so einen Auftritt wie ihr. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Genau wie wir anderen auch. Es genügt schon, dass ihr bereit seid, es zu versuchen. Ich selbst wurde in Kirkwall für die Inquisition rekrutiert. Ich war während des Magieraufstandes dort. Ich musste mit eigenen Augen mit ansehen, welche verwüstet. Cassandra suchte nach einer Lösung. Als sie mir einen Posten anbot, verließ ich die Templer, um mich ihrer Sache anzuschließen. Jetzt allerdings scheint es, als würden wir uns etwas weitaus Schlimmerem gegenübersehen. Es muss einen Grund geben, warum ich dieses Mal trage. Ich bin mir sicher, es wird funktionieren. Vorausgesetzt, wir finden Unterstützung. Aber ich bin überzeugt, dass uns das gelingt. Die Kirche hat die Kontrolle über die Templer und Magier verloren. Jetzt streitet sie über eine neue Göttliche, während die Bresche weiter existiert. Die Inquisition könnte handeln, wo es die Kirche nicht kann. Und unsere Anhänger wären ein Teil davon. Es gibt so vieles, was wir... Bitte entschuldigt. Ich bezweifle, dass ihr hier seid, um euch einen Vortrag halten zu lassen. Ihr kennt unsere Situation und ich schätze eure Meinung. Seht euch um. Unsere Leute sind gut organisiert und voller Eifer. Die Klerikerinnen mögen das anders sehen. Aber wenn jemand in der Lage ist zu helfen, dann wir. Die laufen alle mit so Schreibbrettern rum. Das finde ich schon ein bisschen albern. Naja, wie gesagt, die Zeit ist abgelaufen. Achso, ne, da wollte ich nicht hin. Sondern hier hin. Da deswegen... Oh. So weit bin ich rumgelaufen. Hier und da und... Aha. Ähm, ja. Gut, dann... Wie komme ich denn da wieder zurück? Ja, also... Noch bin ich mir noch nicht so ganz sicher und warm mit dem Spiel. Ist mir noch ein bisschen zu... Zu... Zu langsam so vom Gameplay. Viel... Es wird viel erzählt, aber... Es ist vielleicht... Die Sache, dass... Dass... Es genau das sein möchte, ne. Es will eine Geschichte erzählen. Und... Den Charakter erst langsam so einführen und... Und weiter... Weiterbilden. Wie das halt auch in Rollenspielen sein kann. Aber ich bin es noch sehr ungewohnt. So diese langsame Art. Okay, Leute. Danke fürs Zugucken und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.